Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Innenstadt von Münster ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei hat es Tote und Verletzte gegeben, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ein Polizeisprecher sprach von rund 30 Verletzten. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, den Bereich zu meiden. Caroline Imlau in Köln, welche Details zum Hergang sind denn bisher bekannt? Was bislang bekannt ist, ist, dass ein Auto in eine Menschenmenge sitzender Menschen gerast sein soll. Diese Menschen saßen offenbar vor einer Gaststätte, Kiepenkerl. Zunächst hat die Polizei auch aufgerufen, genau diesen Bereich zu meiden. Später, was Sie eben schon erwähnten, wurde ja aufgerufen, die komplette Innenstadt zu meiden. Was könnte denn auf einen Anschlag hindeuten? Allein der Tathergang. Ich kann jetzt an dieser Stelle ansonsten auch nur spekulieren, weil die Polizei hat uns erst mal bestätigt, es gibt Tote und Verletzte. Sie nannten auch schon eine Zahl. Viel mehr können wir zu dieser Minute jetzt erst mal auch nicht sagen. Wie ist denn die Situation zur Stunde in der Innenstadt von Münster? Ja, ich selber bin in Köln. So schnell bin ich nicht in Münster. Ich habe aus internen Quellen die Informationen, die ich Ihnen jetzt eben geben kann. Insofern kann ich noch keine Augenzeugenberichte wiedergeben. Caroline Imlau in Köln, ganz herzlichen Dank für diese ersten Informationen. Auf Tagesschau 24 und...